Wunderbar, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen zu Wissen2go. Herzlich willkommen. Das hier ist ein neuer Teil, ein neuer Teil unserer kleinen Serie, die vor ein paar Wochen gestartet ist. Zweiter Weltkrieg, Schrägstrich, Drittes Reich. Zwei Videos gab es ja schon, nämlich ein Video zur Machtergreifung der Nazis und ein Video zur Rassenpolitik der Nazis. Zwei speziell deutsche Themen. Heute geht es um ein globales Thema, nämlich das Thema, was eigentlich dieses Zweite Weltkrieg impliziert, nämlich den Kriegsverlauf des Zweiten Weltkriegs. Erscheinlicherweise ist das ein Thema, was in der Schule nur so am Rande behandelt wird. Die Lehrer finden es wichtiger, den Schülern zu erzählen, was so in Deutschland politisch abgelaufen ist, was natürlich auch nicht unwichtig ist, aber was im Zweiten Weltkrieg an sich passiert ist, das wird nicht so oft erwähnt und deswegen dachte ich mir, machen wir mal dieses Video dazu. Ich sage es jetzt schon mal im Vorfeld, es ist ein Video, bei dem man vielleicht ganz genau hinhören muss und es ist auch nicht ganz einfach, an manchen Stellen zu folgen, aber ich habe mir Mühe gegeben und werde mir Mühe geben, das so anschaulich wie möglich zu gestalten. Ihr habt vielleicht schon gesehen, es sind zwei Teile. In diesem Teil geht es erstmal nur darum, wer hat da am Zweiten Weltkrieg teilgenommen, was waren so die Interessen. Ich werde euch ein paar Bücher und DVDs empfehlen, das habe ich jetzt vorgezogen. Und im zweiten Teil, den ich euch hier schon mal verlinkt habe, oder hier, wie auch immer, seht ihr den Kriegsverlauf. Da habe ich so eine kleine Animation und so weiter und so fort. Das wollte ich aber jetzt nicht hier dranhängen, sonst wäre das Video viel zu lang geworden. Deswegen also dieser extra Teil, den ihr aber nur schauen sollt, wenn ihr dieses Video hier bis zum Ende gesehen habt, weil sonst kommt ihr vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht mit. Es freut mich auf jeden Fall, dass ihr euch mit diesem großen Themengebiet auseinandersetzt. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr das natürlich wie immer gerne in den Kommentaren tun. Da würde ich mich freuen. Bevor wir loslegen mit den Empfehlungen, haben wir noch eine Sache, die man auf jeden Fall wissen sollte, auch ohne dieses Video zu gucken. Also wenn ihr jetzt sagt, nee, ich habe keinen Bock auf den Typ, wie der da rumsitzt und irgendwas labert, ich schaue mir lieber was anderes an hier bei YouTube. Könnt ihr natürlich gerne machen. Aber eine Sache solltet ihr wissen, nämlich wann der Zweite Weltkrieg war. Na, wisst ihr es? Na klar, wisst ihr das? Ihr seid ja immerhin schlaue Zuschauer alle zusammen. 1939 bis 1945, so lange dauerte der Zweite Weltkrieg. Diese beiden Zahlen solltet ihr vielleicht im Kopf haben. Was ihr nicht unbedingt im Kopf haben müsst, ist, dass der Zweite Weltkrieg der größte globale Konflikt aller Zeiten war. 60 Millionen Menschen, mehr als 60 Millionen Menschen sind dabei ums Leben gekommen, überall auf der ganzen Welt. Wobei man auch sagen muss, dass vielleicht auch schon mal vorab der Zweite Weltkrieg war kein Krieg, der wirklich in jedem Land der Erde stattgefunden hat. Man sagt deswegen Weltkrieg, weil sehr, sehr viele Länder beteiligt waren. Entweder weil in ihren Gebieten gekämpft wurde oder weil Soldaten aus diesem Land an der Front standen. Also Beispiel zum Beispiel USA. In den USA wurde mit Ausnahme, mit einer kleinen Ausnahme, gar nicht gekämpft. Aber trotzdem sind mehr als 300.000 US-amerikanische Soldaten ums Leben gekommen. Also das ist nun mal so aus kleiner Einordnung. Deswegen sagt man eben Weltkrieg, weil viele Länder auf der Welt beteiligt waren. Jetzt kommen wir direkt zu den Empfehlungen. Ich würde sagen, wir fangen diesmal bei den DVDs an. Es ist so, zum Zweiten Weltkrieg, da gibt es unglaublich viele Filme. Vielleicht habt ihr auch schon den einen oder anderen gesehen. Es ist sehr, sehr unübersichtlich mittlerweile, das Angebot. Das, was ich euch jetzt auch gleich zeigen werde, das ist nur ein ganz kleiner Teil. Aber das sind so die Filme, bei denen ich zumindest den Eindruck habe, man kriegt so den besten Überblick oder den besten Einblick. Denn der Zweite Weltkrieg war ein unglaublich grausamer Krieg. Ein Krieg, den man sich heute gar nicht vorstellen kann, was da los gewesen ist. Da haben Leute gegeneinander gekämpft, die ein paar Jahre vorher noch zusammen Urlaub gemacht haben, so ungefähr. Und man sieht sehr, sehr gut, wie grausam der Krieg war an dieser Reihe. Die habe ich euch schon mal an einer anderen Stelle, nämlich hier vorgestellt. Band of Brothers. Band of Brothers lief bei uns im Fernsehen, ist aber eine amerikanische Serie, ursprünglich eine Miniserie, in der eine amerikanische Einheit vom Beginn des Krieges bis zum Ende des Krieges begleitet wird. Also natürlich Beginn des Krieges für die Amerikaner, der war etwas später als für andere Länder. Und da sieht man wirklich total gut, wie der Kriegsalltag war. Empfehle ich euch sehr, Band of Brothers, wir waren Brüder. Ist mittlerweile gar nicht mehr so teuer. Gesamtspiel dauert sich gerade 782 Minuten. Da solltet ihr euch also ein paar Tage Zeit nehmen und euch das dann anschauen. Kann ich euch empfehlen. Was ich euch noch empfehlen kann, ist Stalingrad. Stalingrad ist ein deutscher Film. Wie ich finde, einer der besten Kriegsfilme aller Zeiten. Weil man wirklich die Grausamkeit des Krieges und die Sinnlosigkeit des Krieges hier sehr, sehr gut dargestellt bekommt. Ich werde es auch später nochmal sagen, welche Rolle Stalingrad im Verlauf des Zweiten Kriegs gespielt hat. Nur so viel. Die Deutschen haben dort eine krachende Niederlage erlitten. Viele tausende Soldaten sind ums Leben gekommen und in Kriegsgefangenschaft gekommen und so. Und ja, welche Rolle auch die Nazi-Propaganda gespielt hat im Krieg, wird da sehr eindrucksvoll erklärt. Stalingrad. Auch einen Film aus deutscher Sicht kennt ihr ja vielleicht lieb vor ein paar Jahren im Kino. Der Untergang. Aus der Sicht der Reichskanzlei Adolf Hitler wird dargestellt von Bruno Gantz. Ein sehr, sehr bedrückender, aber gleichzeitig auch eindrucksvoller Film. Hups. Der Film hätte das hier nicht stand. Ist, glaube ich, auch keine so gute Idee, hier hinzustellen. Ich versuche es einfach aber trotzdem weiter. Der Untergang. Dann möchte ich euch zwei Filme zeigen, die ein Thema behandeln, das sonst im Film nicht so oft vorkommt. Nämlich der Krieg im Pazifik, die USA gegen Japan. Da gibt es zwei sehr, sehr gute Filme. Nämlich einmal Letters from Iwo Jima und einmal Der längste Tag. Beide Filme handeln von der gleichen Sache. Nämlich von dem Kampf um die Insel Iwo Jima. Der eine aus japanischer Sicht und der andere aus amerikanischer Sicht. Das ist wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. Ich glaube, das Wort eindrucksvoll benutze ich sehr oft in dem Zusammenhang. Aber es ist halt so, da sieht man einfach, dass Krieg doch nicht schwarz-weiß ist. Auf der einen Seite die Bösen, auf der anderen Seite die Guten. Sondern es haben halt einfach Menschen gegen Menschen gekämpft. Und diese Dimensionen sieht man an diesen beiden Filmen sehr, sehr gut. Es gibt auch noch viele andere, die ich euch jetzt aber an dieser Stelle gar nicht nennen möchte. Ich habe euch unten wieder so eine kleine Liste verlinkt. Schaut euch da vielleicht, wenn ihr Bock habt, mal was an. Band of Brothers reicht eigentlich auch schon, um den Zweiten Weltkrieg an sich zu erfassen. Soviel zu den Filmen. Zu den Büchern möchte ich jetzt gar nicht so viel sagen. Weil, ja, im Zweiten Weltkrieg, habe ich euch ja schon gesagt, gibt es sehr viel Literatur. Nur zum Verlauf des Zweiten Weltkriegs sehr, sehr gut ist der DTV-Atlas zur Weltgeschichte. Da geht es natürlich auch um viele andere Dinge. Unter anderem um Revolutionen, um Napoleon und so. Aber der Zweite Weltkrieg ist auch hier mit sehr, sehr vielen Karten und sehr, sehr vielen Informationen gut dargestellt. Also DTV-Atlas zur Weltgeschichte. Band 2 übrigens von der Französischen Revolution bis zur Gegenwart ist noch wichtig. Und was euch immer hilft, ist ein Atlas. Den solltet ihr auf jeden Fall zur Hand haben und so ein bisschen Bescheid wissen, wie Deutschland, Europa und so weiter geografisch aussieht. Aber da erzähle ich euch bestimmt nichts Neues. Das war meine Empfehlung. Tut mir leid, die Bücher waren wahrscheinlich jetzt etwas enttäuschend für euch. Aber es geht ja auch tatsächlich um den Kriegsverlauf und den sieht man einfach in so einem Atlas am besten dargestellt. In so einem Atlas zur Weltgeschichte. Wie es inhaltlich im Zweiten Weltkrieg zugegen, das erfahrt ihr dann vor allem in diesen DVD-Store. Jetzt bringe ich Unruhe langsam hier in diesen Abschnitt rein. Deswegen beenden wir diesen Abschnitt ganz schnell und kommen zum nächsten wichtigen Punkt. Der Zweite Weltkrieg, das wisst ihr vielleicht, war vor allem ein Krieg der Systeme. Auf der einen Seite hatten wir Diktaturen, auf der anderen Seite hatten wir Demokratien. So pauschal kann man das natürlich nicht sagen, weil wir hatten noch Russland. Russland war zuerst auf der Seite der Diktaturen. Russland selbst ist ja auch eine Diktatur, hat dann aber zu den Demokratien gewechselt. Und damit sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Der Zweite Weltkrieg war auch ein Krieg der Lager. Auf der einen Seite hatten wir die Achsenmächte. Das waren Deutschland, Italien und Japan. Und auf der anderen Seite hatten wir die sogenannten Alliierten. Das waren die USA, das waren Großbritannien, Frankreich und später dann auch noch Russland. Vorher hat Russland noch eher so in Richtung Achsenmächte tendiert. Warum das so war, dazu kommen wir gleich. Diese Länder haben jeweils auch Soldaten aus anderen Ländern für sich kämpfen lassen. Für die Deutschen zum Beispiel haben erstaunlicherweise indische Soldaten gekämpft. Das hatte den Hintergrund, dass die Inder einfach wütend waren auf die Briten, die einen großen Teil ihres Landes besetzt hatten und sich deswegen gegen die Briten zur Wehr setzen wollen. Deswegen auch einige indische Soldaten. Und so war das auch in vielen anderen Ländern. Auch deswegen sagt man eben der Zweite Weltkrieg. Kommen wir zu den Hauptakteuren. Wer hat da gegen wen gekämpft? Wie gesagt, es gab auf der einen Seite die Achsenmächte. Zu den Achsenmächten hat natürlich gehört Deutschland. Das hier ist eher eine Fantasieflagge. Ich wollte euch hier kein Hakenkreuz in die Kamera halten. Ist egal, die Farben erkennt man ganz schlecht. Tut mir sehr leid, das ist handgemalt. So ungefähr sah die Reichskriegsflagge von Deutschland aus. Ich brauche euch gar nicht so viel zu Deutschland sagen. Habe ich euch ja auch schon in dem und in dem Video erzählt. In Deutschland regierte Adolf Hitler. Hitler war ein Nationalsozialist. Und Hitler war ein Diktator, der alles kontrollierte. Hitlers großer Plan war es, Deutschland zur Weltherrschaft zu verhelfen. Überall auf der Welt sollte Deutschland Länder kontrollieren. Das war das eine. Und Hitler wollte auch einfach Macht haben für Deutschland und für sich selbst. Und deswegen hat er seit seiner Machtergreifung ein großes Heer aufgebaut. Sehr, sehr viele Soldaten wurden in die Pflicht genommen. Und außerdem wurden tausende Waffen, Panzer und so weiter und so fort hergestellt. Aufrüstung nennt man das Ganze. Kriegsvorbereitung könnte man auch sagen. Am Anfang lief das Geheimnis, lief aber immer offensichtlicher ab zwischen 1933 und 1939. Dann gehörte zu den Achsenmächten auch noch Italien. Italien war auch eine Diktatur zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Und der Diktator war seit Ende der 20er Jahre Benito Mussolini, genannt der Duce. Der war schon vor Hitler an der Macht und hat Hitler auch vieles vorgemacht, wie man es machen kann in einer Diktatur. Auch Mussolini war Faschist, auch er war rassenfeindlich. Und Mussolini hielt am Anfang gar nicht so viel von Hitler. Er hat gesagt, das ist ja alles Quatsch, was er da macht und das geht ja gar nicht. Aber mit der Zeit haben sich die beiden angefreundet. Ende der 30er haben sie dann einen Vertrag auch miteinander geschlossen, in dem sie gesagt haben, wenn du im Krieg bist, helfe ich dir. Also haben sich gegenseitig Bündnistreue zugesichert. Und so entstand die Achse Berlin-Rom, wie man sie damals genannt hat, Mussolini und Hitler. Mussolini sprach übrigens anscheinend auch sehr gut Deutsch, hatte nie einen Dolmetscher gebraucht. Und das hat der ganzen Sache auch geholfen, dass die deutschen Italiener sich gut verstanden. Aber übrigens auch im Ersten Weltkrieg haben die deutschen Italiener sich verbündet. Zumindest am Anfang später ging das dann auseinander. Und der dritte Teil der Achsenmächte war Japan. Das ist eine sehr einfache Flagge. Japan war zwar keine richtige Diktatur. Es gab einen Kaiser, der hat aber nichts zu sagen, sondern das Militär hat regiert mit sehr, sehr strenger Hand. Und Japan war auch sehr daran interessiert, sich in andere Bereiche auszudehnen. Übrigens auch wie Italien. Mussolini wollte ein neues römisches Imperium schaffen. Japan wollte auch einen neuen Einflussbereich. Vor allem in China hat Japan sehr, sehr viel kontrolliert, was wiederum den USA nicht gepasst hat, die da auch Einfluss haben wollten. Und deswegen haben die USA gegen Japan Sanktionen verhängt. Das gibt es heute auch noch. Bedeutet zum Beispiel, dass bestimmte Güter nicht ins Land geliefert wurden und so. Und ja, deswegen gab es da einen Grundkonflikt zwischen Japan und China. Und auch Japan hat sich eben diese Achse Berlin-Rom angeschlossen. Achse Berlin-Rom-Tokio. Die Gegner haben gesprochen von der Achse des Bösen. Allgemein hatte man diese drei Länder als Achsenmächte bezeichnet. Die waren Verbünde. Das hieß, wenn der eine mit einem Landkrieg hatte, hatte auch gleichzeitig der andere mit dem Landkrieg. Also meine Feinde sind auch deine Feinde, war das Motto. Das war also die eine Seite. Die andere Seite waren, wie gesagt, die Alliierten. Dazu gehörten allen voran Großbritannien. In Großbritannien gab es eine Demokratie, eine parlamentarisch-konstitutionelle Monarchie, wenn man das so will. Es gab also einen König. Der hatte aber gar nicht allein das Sagen, sondern es gab auch ein Parlament, das gewählt wurde und so. Und ja, in Großbritannien war man sehr daran interessiert, dass alles im Land so bleibt, wie es ist. Großbritannien war ein großes Reich. Das Commonwealth kennt ihr ja vielleicht. Viele Länder, ehemalige Kolonien standen unter der Kontrolle von Großbritannien. Und Großbritannien hatte einfach das Interesse, dass es so bleibt. Und wollte sich aber auch dem Festland gar nicht so sehr einbischen. Und gesagt, ach, lass die Deutschen doch mal machen, solange es uns nicht betrifft. Egal. Grobe Fehleinschätzung, wie man heute weiß. Nächster Partner der Alliierten war Frankreich. Frankreich war dann doch etwas mehr betroffen als Großbritannien. Als direkter Nachbar von Deutschland hat sich Sorgen gemacht. Was passiert da neben uns? Frankreich war eine Demokratie. Jetzt sehe ich gerade die Farben, sind ganz, ganz schlecht. Vielleicht haben die es ein bisschen mehr. Halte Blöbel, Rouge, Blau, Weiß, Rot. Und Frankreich hatte Sorge, wie es denn da weitergeht. Und hat deswegen Interesse daran gehabt, sich gegen Deutschland zu verteidigen. Und hat eine Verteidigungsstrategie schon sehr, sehr früh entwickelt. Und es gab die USA, sind später in den Krieg eingestiegen. Die USA haben sich nach dem Ersten Weltkrieg erstmal von Europa komplett losgesagt. Es gab eine Zeit des Isolationismus, des sogenannten. Was einfach bedeutet hat, dass die USA gesagt haben, lass die doch da mal in Europa machen. Wir kochen unser eigenes Lüppchen, konzentrieren uns vor allem auf unsere Gebiete, auf den Pazifikraum auch vor allem. Und ja, wir mischen uns da nicht wirklich ein. Trotzdem haben die USA Großbritannien finanziell unterstützt beim Aufbau des Militärs. Haben auch Frankreich unterstützt, als dann der Zweite Weltkrieg begonnen hat. Also haben die USA da doch indirekt eine Rolle gespielt, am Anfang zumindest. Das waren die Alliierten. Später gehörte zu den Alliierten noch die Sowjetunion dazu. In der Sowjetunion gab es auch einen Diktator, nämlich Josef Stalin. Josef Stalin herrschte ähnlich brutal wie Hitler. Hat viele Menschen unterdrückt, umbringen lassen, einsperren lassen und so weiter und so fort. Das sowjetische Reich war riesig. Es war nicht nur das heutige Russland, es gehörten auch noch viele andere Gebiete dazu. Und Stalin hatte einfach das Interesse daran, dass das Reich noch größer wird und das alles unter seinem Befehl bleibt. Stalin war Kommunist im Gegensatz zu Hitler. Da haben sie sich also nicht so gut verstanden in der Hinsicht. Aber trotzdem haben die beiden einen Freundschaftsvertrag unterzeichnet in den 30er und Ende der 30er Jahre, in dem die beiden auch sich gegenseitig zugesichert haben, dass sie sich nicht angreifen. Soviel zu den Akteuren. Jetzt ist die Frage, wie sind diese ganzen Länder überhaupt miteinander in Krieg geraten? Wer hat dagegen wen gekämpft? Wie hat sich das entwickelt? Und damit sind wir auch schon beim Kriegsverlauf. Und dieser Kriegsverlauf, der ist in einem neuen Teil, den ich euch hier verlinkt habe. Es ist wie gesagt etwas zäh, aber es würde mich trotzdem freuen, wenn ihr da reinschaut, weil ihr werdet bestimmt einiges lernen, hoffe ich zumindest. Wenn ihr Fragen dazu habt, gerne unten in den Kommentaren. Ansonsten freue ich mich darauf, dass ihr den nächsten Teil euch anschaut.